guten morgen liebe leserinnen und leser zuschauerinnen und zuschauer ich begrüße euch zur 60. geschichtsstunde von egon ja gestern ich hatte es fast geahnt aber zum glück genug gesehen hat man bei den bildern hat man es ein bisschen gemerkt es war ein bisschen milchig es lag wahrscheinlich daran weil ich kurz vorher noch mal ein telefonat gemacht hatte mit dem smartphone bevor ich das video aufgenommen habe bei der wärme schützt mal irgendwo überall wahrscheinlich durch das ohr war auf der einen seite ja irgendwas drauf und dadurch war da wo jetzt die schulter ist alles ein bisschen milchig ich hab's dann auch gesehen dass man im video die blumen hinten gar nicht richtig erkannt hat heute sind alle optiken geputzt und sauber ja und da wollen wir mal zur 60. geschichtsstunde kommen wieder zu sagen so viel ist gestern nicht passiert auch so also hier in erfurt läuft gerade ich muss noch gucken ob die den mittlerweile haben ein litauischer messerstecher rum der seine ex entführt hat und dabei noch unterwegs dann abgestochen hat ja die tollen errungenschaften der bunten welt sind auch in erfurt angekommen also gestern nacht haben sie noch gesucht und ich habe auch mal so ein rubschrauber rumfahren oder rumfliegen hören ja wie gesagt ich muss aber schauen aber ich habe noch gar nicht geguckt weil ich habe jetzt erst mal drei stunden vielleicht habt ihr das gemerkt im verkehr kommen ich habe es mal drei stunden jetzt mich hingelegt und geruht falls ich bei ging habe mich bei um 7 fertig so halb 8 rum irgendwie und dann habe ich komm jetzt hast du dich ein paar stunden aufs ohr ja los geht's mit der 60 geschichtsstunde erstmal noch mal kurz schauen ja gestern als letztes das thema purer kapitalismus in den usa durchgenommen in den zeiten des ausgehenden 19 jahrhunderts und heute geht es gleich mit was interessanten für die frauenweiler und zwar gleich am ersten januar 1872 regelung für abtreibungen das in kraft tretende strafgesetzbuch für das deutsche reich in klammern rs tgb klammer zu enthält bestimmungen zum schwangerschaftsabbruch im paragraf 218 heißt es dazu eine schwangere welche ihre frucht vorsätzlich abtreibt oder im mutterleibe tötet wird mit zuchthaus bis zu fünf jahren verurteilt sind mildernde umstände vorhanden so tritt gefängnisstrafe nicht unter sechs monaten ein dieselben strafvorschriften finden auf denjenigen anwendung welcher mit einwilligung der schwangeren die mittel zu der abtreibung oder tötung bei ihr angewendet oder beigebracht hat ja so der text damals dieses paragrafen 218 die abtreibung wird damit als tötungsverbrechen gegenüber dem ungeborenen menschen definiert entsprechende gesetzliche regelungen sind auch in den anderen europäischen ländern in dieser zeit gültig die kriminalisierung des schwangerschaftsabbruchs zieht jedoch grundsätzlich eine gefährdung der abtreibungswilligen schwangeren durch medizinisch und technisch unzureichende bedingungen nach sich trotz des siegeszugs der antisepsis und asepsis gegen ende des 19 jahrhunderts sind die illegal vorgenommenen abtreibungen häufig mit zum teil tödlich verlaufenden infektionen verbunden die indikation zum künstlichen abort durch den arzt ist eng begrenzt ja ich sag mal so so wie es damals war war sicherlich auch nicht richtig aber so wie es heute gefordert wird finde ich es auch nicht richtig weil es wird vieles dann viel zu leicht gemacht da kommt zwar immer meine okay ich bin keine frau aber da kommt immer das ist mein körper und bla 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 bloß es sehen wo das hinführt es wird die geborenrate geht bei uns immer mehr runter die die den scheißdreck sich um unsere gesetze kümmern nämlich die muslims und die afrikaner die vermehren sich wie die wilden das ist wahnsinn und ja es fehlt irgendwo wie soll ich es ausdrücken wie in vielen bereichen bei vielen das verantwortungsbewusstsein ich meine wenn jetzt einer vergewältigt worden ist oder aus gesundheitlichen gründen alles okay aber ansonsten sage ich immer wieder ich sag's mal ganz auf deutsch wer nachdenken oder so weit schon ist dass er vögeln kann der kann darüber nachdenken was dabei rauskommen kann und es gibt heutzutage verhütungsmittel et cetera also für mich keine keine ja wie soll ich sagen entschuldigung mehr es gibt so viele möglichkeiten das gar nicht so weit zu kommen wie gesagt einzelne ausnahmen sind für mich wo ich es echt akzeptiere das ist vielleicht vergewaltigungen das heißt vielleicht bei vergewaltigungen wo wirklich einer sagt okay ich könnte da nicht so durchwildigungen ich will ihn gar nicht gerade jetzt wo die deutsche frauen von arabern und legern vergewaltigt werden oder wenn wirklich gesundheitliche bedenken dahinter stehen der witz ist wenn es wirklich darum geht wiederum wenn einer erkennt dass vielleicht ganz große schäden beim kind vorhanden sind wenn es geboren wird da macht man sich wieder stark dafür dass es keine abtreibung gibt oder also gesunde kinder absolut gesunde kinder da macht man sich stark dafür dass man die abtreiben kann aber dort wo einer dann sagt ich möchte vorher vielleicht wissen ob alles mit dem kind in ordnung ist und die sich dann halt sagt vielleicht erst berichten darüber über welche mit der krankheit die dann für sich entscheidet und sagt also bei aller liebe also ich streibe mir das nicht zu das wird mir zu 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 das kriege ich nicht gebacken da macht man wieder umgekehrt die moralische keule also diese rot links grünen diese guten weltverbesserer die drehen sich ihre moral immer so wie sie sie gerade brauchen wie auch bei abschiebung ja das dazu ein bisschen so meine einstellung und dann haben wir noch ein bild eine frau geht schwanger in eine abtreibungsklinik links und kommt ohne kind wieder heraus radierung von godefroy engelmann 19 des jahrhundert klammer zu so war da geht's mit dem elften märz 1872 staat beaufsichtigt alle schulen als einer der ersten maßnahmen im kulturkampf wird in preußen ein gesetz erlassen dass alle kommunalen und privaten schulen unter staatliche aufsicht stellt auf betreiben von reichskanzler otto von bismarck soll das verhältnis von kirche und staat neu geregelt der deutsche nationalstaat dem geistlichen einfluss entzogen werden bei dem schulaufsichtsgesetz spielt auch eine rolle dass in den polnischsprachigen provinzen unter kirchlicher aufsicht häufig polnisch als unterrichtssprache benutzt wurde bismarck befürchtete dass dies die polnischen nationalbestrebungen begünstige auch da war preußen super super ja wie soll ich sagen zukunfts vorausschauend und viel weiter als wir heute wir machen wieder wie jetzt in niedersachsen in gefahren glaube ich christlich muslimische kitas dann kirchliche schulen also da bin ich ganz glatt und klar um einen menschen zu erziehen dass er was lernt dass er etwas anständiges aus ihm wird da brauche ich keinen kirchlichen unterricht nicht einen einzigen und ob ich irgendwo mich für eine kirchliche konfession entscheide oder mich dafür interessiere das ist aufgabe der kirchen und dafür haben diese gebäuden die nennen sich sogar kirche so und dome dort können sie die leute dorthin einladen und ihre ideologie den leuten beibringen und sofern diese ideologie nicht dazu bewegt wird wie das bei den moslems der fall ist eine neue weltordnung bei unserer gesellschaftsordnung zu installieren und sich in die modernen errungenschaften unserer gesellschaft rein zu mischen können die dort machen was sie wollen aber in den schulen hat kirche religion null zu suchen außer noch im geschichtsunterricht wo das mit eingebaut werden können damit man darüber erstmal informiert wird was es überhaupt für religionen gibt ein paar grund ein paar grund begriffe grundlegende wissensbereiche aber im großen und ganzen lehne ich das komplett ab und da weiß ich dass auch bei der afd verschiedene meinungen gibt also eine moderne stadt hat nichts mit religionsfreiheit verbieten oder sonst draußen kann jeder machen was will wenn in sein kopf denkt ich bin ein katholik und will halt total puritanisch und katholik leben dann muss es halt tun aber in der schule hat auch dieser genderismus diese neue religion der rot links grün ist ja fast schon wie eine religion nichts zu suchen überhaupt nichts in der schule soll man lesen schreiben und 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 rechnen lernen und naturwissenschaften die richtige geschichte und nicht nur zwölf jahre und vielleicht noch auf politisch ideologisch getrimmt um die leute nee die leute sollen wissen lernen und nicht glauben dafür ist eine schule da wissen wissen anzeigen und nicht glauben anzeigen dafür gibt es die kirche ja das dazu in preußen war da zehnmal weiter und die waren keine kommunisten die war auf die die hatten ganz am gegenteil vollkommen was gegen die kommunisten und trotzdem waren die fortschrittlicher als jeder kommunist und jeder sozialist und jeder grüne und jeder da heute herumläuft und leuten was erzählen will von ewig gestrigen wenn es um die zeit damals geht so dann haben wir als nächstes 1872 serienfotografie zeigt bewegungen der britische fotograf edward moebridge erstellt die ersten phasen fotografien schneller bewegungsabläufe und wird damit zu einem weg bereiter der kinematographie der rennstall besitzer leland stanford hatte moebridge gebeten ein laufendes pferd in allen bewegungsphasen zu fotografieren er wollte wissen ob es beim galopp alle vier beine gleichzeitig vom boden hebt moebridge stellte mehrere kameras nebeneinander auf die verschlüsse wurden sukzessive durch faden ausgelöst die das galoppierende pferd zerriss die fotos beweisen das pferd hat manchmal alle beine in der luft ja guck an mit so einer einer der will halt mal sowas wissen gibt es eine sendung im fernsehen das ist ähnlich wo die kinder irgend so eine frage stellen was ich weiß ja sowieso ist den sachen entdeckt wurden ja und das brauche ich jetzt gar nicht viel dazu zu sagen ich zeige euch noch ein bild dazu bewegungsstudie eines athleten von edward moebridge um 1900 0 der fotograf entwickelt ein system mit bis zu 24 kameras für das studium von bewegungsabläufe und da muss ich auch von damals heute drücken auf auslöser und macht an der kamera die richtige einstellung da geht es relativ von alleine damals wusste man wie es hier steht ja mehrere kameras auf fäden und 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 das war richtig aufwand ja weiter geht es muss ich mal kurz schauen wegen randbemerkung hier gibt es kein datum und hier ja die kommt vorher 18 juli 1872 nach dem tod des präsidenten benito juarez garcia übernimmt sebastian lerdo tejada die amtsgeschäfte in mexico juarez war durch seinen erfolgreichen kampf gegen das von frankreich erzwungene kaiserreich zum volkshelden geworden und die ehren ihrer volkshelden heute noch und wenn sie nicht als böse preußen hinstellen 7 august 1872 baubeginn des gotthardtunnels der genfer ingenieur und bauunternehmer louis favre erhält den zuschlag für den bau des gotthardtunnels damit kann das ehrgeizige projekt einer bahnlinie zwischen basel und mailand begonnen werden das internationale interesse an der gotthardbahn zeigte sich am echo auf die einladung des bundesrats zu einer internationalen gotthard konferenz bundespräsident emil weltli konnte am 15 september 1869 vertreter des norddeutschen bundes württembergs badens und italiens begrüßen die vorgesehene streckenlänge einschließlich der zufahrtslinien beträgt 287 kilometer die maximale steigung beläuft sich auf 25 bis 26 promille und der engste kurvenradius auf 300 meter herzstück und zugleich schwierigster bauabschnitt ist der rund 15 kilometer lange tunnel zwischen göschenen und airolo im bauvertrag kommen beide seiten überein dass favor in acht jahren den gotthardtunnel bauen soll favor trägt sämtliche risiken auch für die aufgrund unvorhergesehene ereignisse entstehenden kosten muss der unternehmer aufkommen so war das damals acht jahre muss das ding fertig sein und wenn du mehr geld verbrauchst als du uns vorher verraten hast dann ist es da ein problem wie ist es heute berliner flugkaufel wir wollen schon ein neues terminal bauen das genehmigt das ist noch nicht mal ein einziges flugzeug dort geflogen wurde schon das nächste genehmigt da fängt man da kommt ein billig anbieter nach eu manier damit der billigste kriegt und ausland etc und international muss alles ausgeschrieben werden da mit stümmerhaften berechnung den leuten vormachtskosten das und das und dann fällen auf einmal schon beim wahlbeginn ein auch ich hab da was übersehen tut mir leid die eine millione muss man oben drauf legen auch eine million eine milliarde und dann wird das zeug nicht fertig und wenn dann danach schäden sind dann muss 100 jahre darum gestritten werden damit die typen dann dafür noch aufkommen damals war es alles so ein problem man sollte mal wieder ein bisschen härteres regiment diesen diesen ingenieuren und diesen künstlern wie zum beispiel diesen auch wie wie hieß es letztens aber der niedersachsen war der groß aus new york der jude aus new york da bei jedem projekt immer billig ist am anfang und dann wird es doppelt so teuer da die universität dahin in hannover verunstaltet hat ich komme sie strafe zwischen gelesen es ist unmöglich immer oder dasselbe ich meine man kann sich mal verrechnen um zehn prozent aber wenn alles doppelt und dreifach zu teuer wird ich finde immer eine ausrede gut so war das damals beim gothardtunnel bauen acht jahre wenn es mehr kostet zahlst du das pech gehabt so ja das war das zum gothardtunnel und nun kommt wird es wieder sportlich 30 november 1872 fußballsport wird populär die fußballmannschaften von england und schottland treten in glasgow zum ersten länderspiel der modernen fußballgeschichte ein das spiel endet 0 0 1879 gewinnt england das zweite länderspiel gegen schottland 5 zu 4 wegen übergroßer härte werden 15 spieler von insgesamt 22 verletzter ist aber zugegangen 1874 lässt sich sam widowsen die erfindung von knieschützern patentieren sie werden von der football association in klammern f a klammer zu als obligatorisch vorgeschrieben ja kenne ich noch als schiedsrichter war wenn die dinger nicht reinhalten konnten sie wieder rausgehen und mussten sich dann mussten sich dann erstmal knieschützer rein machen ansonsten ging es nicht los das spiel für denjenigen 1871 hatte die f a den challenge cup entschuldigung 1871 hatte die f a den challenge cup ausgeschrieben den ersten bedeutenden fußballwettbewerb 1875 wird beim tor die querlatte anstelle der bis dahin üblich gespannten schnur eingeführt weitere neuerungen sind seit 1877 der von der fa verfügte feldverweis und die 1878 eingeführte triller pfeife des schiedsrichters der f c eckrington lässt vor dem spiel und in der halbzeitpause eine musikkapelle auftreten ein zusätzlicher anreiz für das publikum das immer zahlreicher wird ja das waren die anfänge vom fußball und der grund normalität war es auch schön aber wie gesagt so wie sich der fußball momentan entwickelt keine richtigen nationalmannschaften mehr ich sag mal so im clubfußball gab es das schon immer deswegen zum beispiel auch intermailand internationale mailand weil das halt international teilweise weil die briten das ja damals verbreitet haben gab es argentinische italienische mannschaften haben fast ausschließlich mit britten gespielt im club in der club ebene kann man es noch bis in gewisse maße akzeptieren wobei es auch schon bedenklich finde dass man in dortmund in münchen und sonst wo nur noch leuten zu jubeln die eigentlich mit der region nichts mehr zu tun mit der stadt außer dass er vertrag für ein paar jahre gekriegt haben um für die stadt zu spielen von daher da ist es akzeptabel aber dass man jetzt selbst den nationalmannschaftsfußball durch schnelle vergabe von staatsbürgerschaften kaputt macht tut mir leid also es war die erste weltmeisterschaft seitdem ich fußball gucke wo ich kam ein spiel komplett geguckt habe ein oder zwei euch komplett geguckt der rest das interessiert mich mehr als mir zu blöd da brauche ich keine nationalmannschaften und weltmeisterschaften zu machen das ist alles nur noch verarschen der leute ja haben wir noch ein bild spieler des glasgower fußballclubs queenspark der queenspark fc wurde im jahre 1867 gegründet und ist unter anderem verantwortlich für die aufnahme von freistößen und der halbzeit in das regelwerk fotografie 1883 also die jungs haben es dafür gesorgt dass es die halbzeitpause gibt und dass es bei faul freistoß gibt die queenspark rangers aus london und jetzt will ich mal schauen es muss ja nicht immer so lange werden und das jahr 1872 ist nämlich dann schon schluss genau es kommen jetzt noch zwei eine randbemerkung ein größeres thema und dann sind wir schon durch für heute weil ich wieder ein paar kommentare dazwischen gemacht habe 1872 das ist jetzt die randbemerkung durch einen firmen in klammern erlass klammer zu des osmanischen dann ist es nicht englisch ist es anders muss ich noch mal lesen durch einen vermahn in klammern erlass klammer zu des osmanischen sultans abd al asis erhält bulgarien eine autonome kirche mit einem erzbischof an der spitze der den titel exarch führt das war das sind doch zwei randbemerkungen sehe ich gerade damals war bulgarien noch zum großen teil teil des osmanischen reiches noch eine randbemerkung japans erste eisenbahn nimmt zwischen tokio und yokohama den verkehr auf erbaut wurde sie mit hilfe britischer ingenieure dort haben wir die briten gebaut und nicht land geklaut wobei es gleich mitgemacht 1872 größeres thema noch mal sozialpolitisches engagement gustav schmoller luio brentano adolf wagner gustav schönberg und andere volkswirtschaftler gründen in eisenach den verein für sozialpolitik in dem fall sozial noch mit c geschrieben er tritt für eine ermilderung der klassengegensätze durch eine staatliche sozialpolitik ein ausgehend von der historischen schule der nationalökonomie fordert der verein die überwindung des uneingeschränkten freihandels und befürwortet eine an nationalen interessen ausgerichtete realpolitik diese könne nicht allein die angelegenheit der unternehmer sein sondern müsse vom staat durch entsprechende rahmenbedingungen beeinflusst werden dann man ist ja voll auf meiner schiene und linie wir sehen werden sehen diese entwicklung die wir jetzt haben die wird uns wieder in der katastrophe führen denn freihandel hört sich immer so gut an da bringt aber nur da oben ein paar wenigen was es fehlen gelder in den steuerkassen weil es keine zölle mehr gibt damit hat man ja auch sachen finanziert es ist fehlte ausgleich um billige produkte durch zölle künstlich teurer zu machen damit die einheimischen produkte geschützt werden klar der verbraucher freut sich erst mal mehr als billig kriegt auch wenn er dann arbeitslos wird freut er sich nicht mehr so gut das denken wir denken wir viele nicht weiter ja und die unternehmen das denkt man überall mit die bestimmen immer mehr wie die politik läuft und nicht umgekehrt der politik wie sich die unternehmen zu folgen haben also wie gesagt ein freier handel und sich sagen wir mal marktwirtschaftlich verhandeln das sind zwei ganz unterschiedliche schuhe und das wurde man verwechselt marktwirtschaft hat nichts damit zu tun mit dem freihandel freihandel ist raubtier kapitalismus erster güte und er ist schon mal gescheitert und das stimme ist man hat schon mal gemerkt dass er gift ist für die gesellschaft und macht sollte man wieder und warum weil es gibt so eine gruppe von menschen die gucken auf die kohle die wollen zwar nicht wahrhaben und wollen es immer verbieten dass man das sagt aber es ist so wer es ist können sich ja noch bilder von diesen schlauen leuten gustav schwoller links befürwortet eine ethische sicht der ökonomie in klammern porträt aufnahme um 1905 kam zu luio brentano rechts tritt für gewerkschaften und freihandel ein radierung 1904 damals die beiden gleich nebeneinander so und damit sind wir schon heute durch weil das war das jahr 1872 ich habe überlegt ob ich die ersten zwei seiten vom jahr 1873 gleich mit rein machen aber muss ja nicht sein es muss ja nicht immer 30 minuten werden und zuletzt waren es immer 45 und dann hoffe ich dass ihr wieder was dazugelernt habt vielleicht das eine oder andere wieder aufgefrischt habt ich hoffe ich habe euch nicht zu viel kommentiert aber dafür mache ich sie auch wie gesagt um ein bisschen eine einschätzung eine sichtweise ein anregen zum nachdenken über die ein oder andere sache wie sie auch die afd vertritt zu bewerkstelligen weil das habe ich ja damals auch in einem interview gesagt was ich da für das zdf gemacht hatte ich mache keine werbung für das der afd es ist nur in dem fall so noch der fall so dass sie am nächsten das vertreten was ich für wichtig halte in den wichtigsten punkten sollten sich irgendwann davon entfernen dann muss man sich halt irgendwo umorientieren den fehler den ich damals bei der spd gemacht habe mache ich nicht nochmal dass ich nur aus parteipolitischen gründen und warum halt irgendeine wahl gewinnen will mir noch drei vier jahre antue sachen zu vertreten wo ich mit jedem wort was ich sagen muss bauchschmerzen habe die spd ist tot mit der kannst du nichts mehr anfangen wer das glaubt dass die reform reform reformierbar ist und die haben sich schon damals vom normalen klientel was sie eigentlich vertreten sollten und weshalb sie eigentlich da sind warum sie ihre existenzberechtigung hatten so weit entfernt das nichts mehr zu machen und dadurch dass man sich ja so entfernt hat hat man auch die falschen leute reingeholt das merkt man am nachwuchs und an denen die jetzt oben dran sind das ist ja gerade eine logische folge wenn meine meine ideologie und das was ich vertrete und das was ich vorhabe ganz andere sind als die die ich dem klientel verkaufen will vorzugeben vertreten zu wollen dann hole ich natürlich die ganz falschen leute rein so logisch ja gut das war's für heute ich wünsche euch noch einen schönen restlichen donnerstag weiß ich jetzt gar nicht ob ich das vorhin gemacht habe den donnerstag erwähnt und ja haltet die ohren steif bleibt kämpferisch und ja ciao ciao oder egen ja 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 ja